ja hallo und ich begrüße euch zu einem neuen let's play auf dem amiga und heute wie ihr seht geht es wieder mal um eine flipper simulation wir haben ja letztes mal das heißt letztes mal ist schon ein weichen her haben wir schon mal gespielt ein pinball spiel und zwar das pinball dreams und heute spielen wir das pinball fantasy ein spiel von 1992 und für mich eines der schönsten flipper spieler ich habe sie eigentlich damals ja alle gemocht war ist um vor allen dingen hier auf dem amiga ich habe es dann später auch mal gespielt auf der pc aber ich finde die version auf die man immer noch am besten und auch wenn wir heute mal spielen unterschauen mal gesagt habe ich lange gespielt wir beginnen mal mit den ersten flipper tisch wir haben insgesamt vier und wir beginnen mal mit dem party land so manchmal schauen wie weit wir hier denn kommen na komm lade lade na ja auf dem amiga gab es halt auch noch ein bisschen ladezeiten aber das macht nichts umso spannender wird es mal loslegen mit dem ersten tisch und einer wunderbaren musik hoffe ich doch die gleich kommt denn die war auf dem amiga damals besser obwohl 1900 einmal 92 oder 93 wo dann doch schon viele eine soundkarte hatten im pc und ein soundplaster ich nicht ich halte das nicht und deswegen habe ich lieber gespielt am amiga ja und jetzt geht's los aber wenn man sich natürlich ein spieler mal schauen mal schauen mal schauen mal schauen mal gehen prima mal schauen Zweiter Ball. Oh, Schatze! Okay. Das vermischt. Ah! Oh! Man muss wirklich, ob man wieder dran gewöhnt. Fügt man noch einen extra Ball? 2,9 Millionen. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch mal. So. Oh! Oh, nein! Oh, nein! So, jetzt auf ein neues, drück die Daumen, ah, ich fick nicht rein, ah, oh, 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 das sieht man doch gar nicht mehr durch, oh, du leckst mich doch am Arschl, okay, einmal machen wir noch, he, 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 und ab geht er, jetzt hat sie klappt, so, mal reingekriegt, oh, 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 oh Aber 5 Millionen haben wir. Ah, verdammter Kack gefunden. Scheiße, ihr. Haben wir noch eins? Natürlich nicht. 9 Millionen. Dann können wir versuchen, ob wir nochmal... Ebenmal machen wir noch den Tisch. Dann nehmen wir mal zum nächsten. Jetzt bin ich auch geizig. Und zack geht's los. Natürlich, oder nichts. Oh, ey. Und das wurde so was von geistreich. Genau, wenn es alles gekickt. Ich kratze ab hier. Iche. Hier ist es. Ja. haben wir noch jetzt nicht mehr rein ich krieg nicht mehr rein jetzt aber leck mich doch am orschi so wollen wir mal die nächsten tisch laden der tisch war schon nicht schlecht aber ja hat eine ganz schöne geschwindigkeit also macht aber immer noch spaß früher auch stundenlang gegeneinander gezockt aber guck mal was der teil der teil der tisch 2 bringt wenn er denn erscheint erscheine mir zwischen zwei und da ist er die dem ja dann schauen wir mal was wir da leben ja die pinball serie war schon auf den amiga auch legendär und habe ich damals auch wirklich sehr gerne gespielt und vor allen dingen dieses jahr das pinball fantasy und hat mir ganz besonders gefallen und wir werden mal schauen was jetzt dieser tisch uns bringt naja die können die können bei kleiner also aha wir sind natürlich ein spieler und ja hör Du bist so ein Mensch, du! jetzt aber was war das denn das ist doch zum kacken ich sehe nicht durch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und da haben wir schon, wir spielen jetzt die Billion- oder Billion-Dollar-Show. Das war hier in diesem Spiel einer meiner Lieblingstische. Aber, denke mal, auch da wäre ich heute wahrscheinlich nicht so viel reißen. Aber wir schauen uns mal an, wir schauen mal. Ja, na nu, lade, komm, komm. Ach ja. So. So, sind wir doch mal gespannt, wie wir jetzt bei diesem Tisch abschneiden. Gut, oder vielleicht... Na, komm schon. Na, jetzt, jetzt geht's los. Und da ist sie, Billion-Dollar-Show. So, jetzt er aber noch mal, lieber Spahn. Ab geht er und... Den hab ich gar nicht gesehen, wo der lang kam. Das ist schon mal schlecht gestorben. Ja, scheiße, geht aber auch. Ist der schnell! Oh, leck mich da am Arschte! Kommt hinten rum. Und geht dann... Jawohl, fünfmal Cashpot! Ey, Borschi! Oh, das ist so schnell! Ich wünsche... Kommt meine Ohren nicht hinterher, ja. Na ja, gut, das werden wir schon überbieten, also. 2,7 Millionen ist doch nüscht. Dann kann man da richtig Schotter machen. Oh, das ist so schnell. So, natürlich nicht. So auch nicht. Und so ist schon gar nicht! Mann, ey! Oh, das ist so wahnsinnig! Mensch, ey! Was soll denn da herkommen mit dem Netten? Oh! Oh, leck mich doch am Arsch, ja! Nochmal! Das gibt's doch nicht! Ah, leck mich! Mann, ey! Ich begreife das nicht. Ah! Und bei dem Tisch war ich früher... Mensch, ey! Ich war eigentlich gleich doch zu alt, dass meine Ohren will nicht mehr hinterherkommen, hier. Leck mich doch am Arsch! Das gibt's doch nicht! Verdammte Scheiße, ihr! Jetzt kriege ich einen Extra-Ball! Ey, das ist das Dinsches, ey! Bei so einer scheiß Runde! Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, Mann! Oh, Mann! Gottes Willen! Nochmal! Da muss doch mal mehr drin, das sind für mich hier! Oh! Oh, verdammt! Wer sollte da mit den Netten da... Das ist das Dinsches, das ist das Dinsches, 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 das D Oh! 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 Mensch ey! Nee! 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 Ey Gott! Wer hat noch? Ich kotze abtun, ne? Oh ne kacke! Ich muss noch mal versuchen! Ach komm! Ey, mach mal noch! Soft geschissen! Oh! Ich mach mal! Oh, kommst du einfach, das ist, äh... Oh. Fünf Millionen, ey, das hat sich gelohnt. Und das nicht. Och, Mensch. Und jetzt gibt er bestimmt keinen. Doch, wir haben da einen Ball. Ey. Oh, extra Ball. Extra Ball. Jawohl. Ich habe nicht immer den Nutzen. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Sechs Millionen. Okay. Okay. Würde ich sagen, spielen wir noch den letzten Tisch. Und dann muss ich wahrscheinlich erst mal eine Beruhigungstablette nehmen. Weil ich immer so aufgerecht bin. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe mich früher auch so aufgeregt. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich noch mehr. Also früher hatte ich wirklich ein weiteres Mehrpunkt in der Gute. Da muss man wirklich so oft gespielt, dass du dann wahrscheinlich da schon im Schlaf gemacht hast. Aber heutzutage kommen meine kleinen Äugchen hinterher. Ja. So. Wir brauchen erstmal nochmal. Und das Kette 2, den letzten Tisch. Na, da kommt man mal. Was uns da so vielleicht noch widerfährt. Wenn die allzu gutes widerfährt, ist das einen Pinball wert. Ja, gut. Ich gebe es zu, der war jetzt nicht so eine tolle. Aber. Und dann gehen wir los mit. Was ist das? Stones and Bones. Ja. Im Geisterschloss oder was das auch immer sein mag. Ja, die Tische sind gut gewählt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es geht so schnell. Da kommen meine kleinen Äugchen nicht mit. Wahrscheinlich ist meine Reaktion doch ein bisschen. Hat ein bisschen nachgelassen über die Jahre, sag ich mal. Aber. Egal. Spaß macht es trotzdem. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Und seid jetzt nicht so genervt von meiner, sag ich mal, Rumschreierei. Falls ja, dann schreibt es in die Kommentare. So. Hier haben wir mal Schalen. Wo kommt er jetzt runter? auch. Und? Wie auch? Oder? Oder? Boah! Und wenn er hier ist. Oder? Wie? Wie? Oh! Nein, du ... Mist! Verdammt, 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 verdammt nochmal! Jetzt sauber! Oh, was für eine Kacke! Junge! Fühlt man extra Ball? Ey! Extra Ball! Ja, jawoll! Mann, ey! Das ist doch Kacken, ja! Das ist so schön, ja! Ja, machen wir doch einmal! Also einmal wie ein Feiner! Und jetzt se los! Da fehlt mir doch irgendwo der Schwung hier! Wapa! Mensch! Oh! Ey! Ah, nein! Nein! Och, ney! Ja, da kommt er noch! Ja! Und ja, geht da nebenher! Ja! Bist du doof, oder was? Achso, da hätte man jetzt anstoßen können! Na ja, gut! Mit der Leertaste! Na gut, haben wir auch nicht gemacht! Ja! 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 Oh nein, da habe ich ja gar nicht mehr durchgesehen. Das war wohl nicht schlecht, gibt man vielleicht einen extra Ball? Ne. Also, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, Leute, wir werden das hier beenden. Also, ich hatte mal wieder richtig viel Spaß, habe mich auch, ja, viel geärgert. Aber das gehört dazu, habe ich früher schon gemacht. Warum sollte sich das ändern? Na, wenn es euch auch Freude gemacht hat, wieder mal zuzuschauen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und empfiehlt mich weiter. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, let's play auf den Amiga. Macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.